So, und jetzt sind wir zurück zu unserem Treffen mit Tsakaev, oder wie der heißt. Und, jetzt sind wir mal gucken, ne? Schauen wir mal, wie es ausgehen wird. Ja. So, dann kommen wir her. Sehr schön. Das ist der Mann immer von einem Geschmack. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. So, wo ist denn die? Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit, die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Coriolis-Kraft mit einberechnen. Was? Ach da. Okay. Ich glaube, ich sehe ihn. Auf meinen Zeichen warten. Ziel erfasst. Positive Identifizierung von Imran Tsakaev. Okay, der Wind kommt von... Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Yeah, yeah, yeah. Windgeschwindigkeit und Richtung sind entscheidend. Okay, jetzt kommt der Scheißhelikopter auch noch. Oh! So ist der, wenn hergekommen. Geduld, Kumpel. Auf freies Schussfeldwacht. Yeah, yeah, yeah. Junge. Was macht er das Fähnchen? Junge. Es flaut der Wind lang so ab, kann das sein? Jetzt oder nicht. Feier! Ach! Da! Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Ja, was? Der war auf einmal weg. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denkt daran, was ich euch gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Ja, 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 ja. Oh, ja, nirgendwo mal an. Was für eine Kraft? No. Bist du denn? Da. Wollen wir uns mal probieren? Ziele erfasst. Positive Identifizierung von Inversverkäuern. Pass mal auf. Bleibt doch mal stehen, Junge. Ruhig. Und die Fahne im Auge behalten. Windgeschwindigkeit in Richtung... Test macht. Komm, wir probieren es einfach jetzt. Verdammt, daneben. Äh, äh. Ja, komm. Äh. Ich, 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 na, und nochmal neu. Ja, ja, wir warten. Gut, ja, meine Entscheidung. Denkt daran, was ich euch gelehrt habe. Ist das dann, kann ich dumm machen? Nee, klar. Die Geschwindigkeit, die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müssen auch die Coriolis-Kraft mit einberechnen. Ja, komm schon, das Gute. Ja, ich meine, nee. Weil der Typ, der nur noch lebt, ist mir sowieso nicht sterben wird, also. Ja. Ne, unsere liebe Narbenbacke da. Ja, ja. Ja, toll, jetzt kommt der Leid. Ach, wo ist der, wenn hergekommen? Geduld, Kumpel. Auf freies Schussfeldwagen. Ne. Zisch ab, Junge. Bis. Da kommt's auch mal einer, ne? Oh, jetzt lautet der Wind ab, ne? Jawoll. Ja, sehr schön, sehr schön. Scheiße, sie sind in uns her. Schalte diesen Helikopter aus, das verschafft uns etwas Zeit. Oh. Ja, sehr schön. Oh, oh. Zeit aufzubrechen. Ähm, ja. So, mir hat er gelegt. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Oh, oh. Kacke. Alter, kommt lauerlich. Ziel am Boden. Guter Schuss, Lieutenant. Scheiße, sie sind in uns her. Schalte diesen Helikopter aus, das verschafft uns etwas Zeit. Guter Schuss, Lieutenant. Ich wüsste, ich wüsste, ich wüsste, ich wüsste, ich wüsste, ich wüsste, ich wüsste. Sie sind in uns. So, irgendwas zu mitnehmen. Bist du ja noch da. Warte auf mich, warte auf mich. Yeah. Jawoll, der Satz, den Actionreif, Junge. Geil, ne? Und jetzt runter hier. Toll, die ab jetzt, ich will doch nicht den aber haben. Ja. Wiederhole, wir roben entdeckt, sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4. Ja. Alpha 6, Big Bird ist unterwegs, geschenkt, aber das Zeit 20. Sie sind eigentlich in der Klinik, der Unterschrift ist so knapp ein Ende. Oh, alter Schwede. Oh, süß. Jawohl, wüsste, ich 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 wüsste. Ja, wie kann das Auto noch explodieren? Das ist doch total schrottier. Da, ich wüsste, 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 ich wüsste Junge Es kommt jetzt aber Ist noch einer? Oh Och Ja Ich weiß nicht, was das eigentlich passiert, oder? Ja 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 Ja, alles klar Ich komm dir nach Ja, los, komm, ab durch die Mitte Och, das ist doch ein Ja 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 Was? Was hat sie jetzt? Gut Ja 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 ... ... ... ... ... ... das ist nicht so auch kommt und m und 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 Da! No, jetzt! Oh! ich konnte er noch nicht die stelle der stelle die er noch mal noch kein thema mckekontrollpunkt erreicht kommt hier nach ich habe hier noch eine andere fehl bei ist nachgeladen die auch nicht schon wo sind sie denn oh oh wo bist du denn da oh alter Schwede so ja sehr schön danke Captain so weiter bereit halten schnell eine Claimor an der Tür nach vorne platzieren er ist erledigt da ja wo bist du denn da bist du ja und wie soll ich denn wie soll ich denn wie soll ich denn das ja gut gemacht oh alter Schwede Captain wo bist du denn Junge alter ja verdammt kann mir nicht hören du wirst mich tragen müssen wenn wir in Schmärigkeiten geraten musst du mir eine gute Stelle geben von der aus ich Deckung geben kann so ja 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 das 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 ja das 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 Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Und hinter uns, ne? Und dieses Lauf. Hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. So Traumpunkt erreicht sehr schön, sehr schön. Warte mal, ich versuch mal so ein bisschen mit Schleichen, okay? So, und jetzt? hier hoch, hier hoch, hier hoch was ist das? nur oder jetzt? ach ja voll geht es rein, voll geht es rein gut, gut, gut ok noch ein holter hier irgendwo ok, du bist auch immer über sehr schön, warte ich hole dich gleich ja, 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 ich komme ja schon, ich komme ja schon los ich komme ja schon, ich komme ja schon ich komme ja schon so, sehen wir mal was so, jetzt hier irgendwo wir sind fast da, der Evertrierungspunkt ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes ja toll, noch 13 Minuten aus, na ja, das schaffen wir auch noch ich frage wo lang du, hier geht es raus alter, was ist denn hier gut, da kommen wir her ähm ah, da habe ich glaube ich von da gelaufen, ne äh ne, muss ich nur stromspringen das ist der komische Platz, muss jetzt hier raus, da so so warte mal, ich glaube hier muss ich doch gleich irgendwie Position halten ja 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 äh 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 so und jetzt, 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 jetzt irgendwas oh oh wo ist das denn jetzt, jetzt hier, ach hier wo ist das, ach komm schon neue Wichtig ohne Worte So, jetzt hier, geh aber mal hier lang, komm ne gut aber auch schon auf bessere Tage sind ne wo wird ja ab geht das ist wirklich lang laufen von da ist nichts ist das ich war mal gespannt jungen riesengrad auch kaum schon ja ich meine mehr wie mit dir dahin gehen kann ich doch gar nicht nicht von ihr soll muss ja nicht durchlaufen ich nicht noch so einfach gehen die da hat er hätte auch hatten können ja ohne worte ich denke so hier ist nix hunde wieder hunde aber auch mann 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 weißt du was ich glaube ich setze dich mal da oben auf dieser komischen plattform ab weißt du was jetzt da war der verscheiß ach jetzt auf einmal kommt eine nachrichtung hinter dem riesenrad wo ist der norden wohnen das ist prima ja gott hier meine restlichen Klamotten es ist an der Zeit sie zu verwenden der Reit muss durch dieses Gebiet such dir also eine gute Scharfschützenposition ich gebe dem Helikopter in 30 Sekunden das Signal das passen wir einfach nochmal hier eine rein wir machen dann natürlich auch noch von hier und auch noch von hier du bist da ne Käptchen dann machen wir natürlich auch nochmal eine hier fließen wir jetzt da oben ne ja pass mal auf dann packen wir den nochmal hier einen hin und dann würde ich doch mal sagen so ja 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 werden wir haben Alpha 6 wir haben ihre Position halten sie durch so das muss ich noch ein bisschen näher so pass mal auf du bist da Käptchen ne so und ich bleib mal hier fertig machen zum angriff fertig machen zum angriff feuer frei feuer frei da da ne was ist sehr schön oh ah hat gesessen ne oh das das ist das ist das ist das ist das ist doch eigentlich ich hab auch ich hab schon hoffen weil ich weiß was eigentlich äh auch immer das ist das ist das ist das ist das ist das ist das 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 ach bist komm nochmal neu ja ich weiß die kommt jetzt das ist halt wunderbar dann du bist wirft ja da was ab das war hier ein ja da 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 auch noch mal komm schon das war zu früh ne das war zu früh ne ja 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 das ist mein Deku hier kommt schon ja 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 mach doch mal hin jungen seite denn hier und wirst du ja so auch erledigt aber auch erledigt sehr schön der nächste hier wo ist er denn hier wo ist denn jetzt noch einmal hier gut ja wo ist er denn hier er ist erledigt ja 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 neuer nicht da drinnen oder ist er ja da ist er schon geschenkische dann kommen wir hierher los ja 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 wir packen das jetzt nix wie das hier gibt uns feuer schutz kommt schon ich will es schaffen ich will es schaffen ja ja wir haben es geschafft hätten wir haben es geschafft das kommt auch mit euch das muss los ja das war ja ein paar nehmen wir mit jungen die hätten aber voll überrannt sehr schön sehr schön ausgezeichnet ich habe es geschafft trotzdem mag ich die Captain nicht so guck mal was wir zu sagen haben hier oder das was von ihm übrig ist genau wir passieren sprengsätze entlang der alpha linie am südlichen hügel und weiter entlang der bravo linie wir stoppen sie auf dem weg nach oben und halten die stellung am evakuierungspunkt in den feldern rund um die fahrer fragen legen wir los okay ach schon als erzut gut aber wie das weitergeht ist natürlich erst der nächsten partner tja macht's gut weiter nilke und noch mal danke fürs zuschauen tschau tschau